So, dann doch wieder zurück. Ich musste die letzte Folge ganz abrupt einmal abbrechen, weil da kurzfristig ein Telefonat reinkam. Deswegen hatte ich leider keine Zeit, mich gründlich zu verabschieden. Das war nämlich doch ein bisschen wichtig. Aber gut, wir sind wieder hier. Ich habe keinen Schritt weiter gemacht und muss jetzt doch nochmal gucken, wo ich hier bin. Garnendorf ist dieser im Untergrund. Naja, das ist ja alles schön und gut, ne? Nur, wie weit muss ich denn hier suchen? Und das ist ja alles gut. Wow! Wow! Scheiße! Okay. 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 Oh-hoo! Der lebt nicht mehr. Oh Gott, meine Herzen. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das sind, glaube ich, die drei Fischer hier, die... Ja. Okay. Gut. So, wir müssen hier ganz rein... Da ist eine Wurzel. Ich sehe es doch schon von hier. Oh, shit. Ja, gut. Okay. Abgrund. Oh, naja, okay. Geht. Oh Gott, ich bin so lebensmüder. Oh Gott. Oh, geil. Die habe ich gar nicht gesehen da unten. Haha. Eigentlich wollte ich aber auch der Statuen folgen. Oh, da ist er eine da unten. Ja, gut. Hat sich erledigt. Glaub' ich. Aquatik. Sie ist sehr, wie schön. Sie ist sehr, wie schön. Glaub' ich... Ah. Oh. Oh, 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 oh. Eine Feuerstelle zum Kochen. Da, siehste. Wäre nicht schlecht, wollte ich gerade sagen. Obwohl, da gibt es nichts zum Kochen. Sonarbauteile. Das ist doch auch wieder so ein... Ich bin einer von der Zickabande. Ich bin einer von der Zickabande. Okay. Dann, woher guckt diese Statue denn? Da wird doch irgendwo eine Statue. Da ist sie. Okay, guckt auf jeden Fall in diese Richtung. Ist da denn oben etwas? Ich mag das ja beinahe bezweifeln, aber... Ich hatte noch hier ist da. Können wir uns hier halten? Durchaus. Ob die Statue wirklich... Das hier oben meint, ist die Frage, oder ob das Helm halt hinten rausgeht. I don't know. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist hier oben auch eine Statue. Was schon mal nicht schlecht ist. In die Richtung. Okay. Packen wir's. Wie man so schön sagt. Bitte. Da ist auch eine Statue. Aber guckt ihr in diese Richtung? Also zu mir? Nee. Ich glaube, wir sehen den Rücken. Das sieht nicht aus wie bei der hier. Ja. Okay. Ich glaube, da können wir nicht rüber. Also können wir schon, aber ich glaube, da ist nichts. Hm. Oder wir probieren es dann nochmal. Aber... Wir sehen. Sehen sie nicht. Sehen sie nicht. Gut. Gut. Dann folgen wir der Statue hier. Na? 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 Nein, 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 nein. Wo ist die Statue, die ich von da hinten gesehen habe? Hier habe ich jetzt aus den Augen verloren. Oder sind wir schon dran vorbei? Nee, eigentlich ja nicht. Da ist die Statue. Da. Die muss dann ja... Vielleicht habe ich das auch gesehen. Das wäre ja falsch gewesen dann. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich taste mich einfach gerade ein bisschen vor. Das kann ein bisschen down, weil ich ein bisschen vorsichtig bin. Vielleicht zu vorsichtig, aber... Ich sehe keine Statuen mehr. Wie ging es da oben hoch? Aber wo lang denn jetzt? Weil... also hier ist keine mehr... Ich muss nochmal zurück, oder? Scheiße, Mann. Ah, sowas eckert mich immer total. Wenn ich irgendwelche Spuren halt verliere... Ah, sowas, 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 sowas... это leere. Ich gehe karte auf einem einen kleinen Sch� zum Beispiel. Ich gehe hier ein bisschen über... Ich gehe es. Ich gehe es, sowas aus. Ich gehe die Zeit, sowas. Du bist ja zu sowas. Wer habe ich denn? Ich gehe diese Zeit hast du sie. Da oben ist die Statue. Alter, krass. Muss ich dann doch da oben rauf noch? Miasma. Oh, ist das ekelhaft. Da komme ich ja. Oh, Mann. Das ist dumm. Oh, Mann. 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 so also nochmal zurück zu den statuen wir sind keine mehr ich muss oben rauf ich muss wieder zurück scheiße ja gut aber dann machen wir das auch wir wissen was das ist ich meine so weit weg dann sind wir jetzt auch nicht das kriegen wir schon hin können wir da hoch bestimmt oder das sieht doch ganz gut aus ja gut man sich nämlich in eine andere richtung deswegen müssen wir wohl hier hoch denn da hinten kommen da ist nämlich auch schon wieder eine statue ja 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 so kommt das nämlich erstmal will ich hier ganz oben hin und etwas zum leuchten bringen weil hier ist stockdose da super da können wir noch ein paar lichter einsammeln dann können wir da was können wir da was abschießen oh gott was ist denn das für ein viel da hinten ich muss sich mir angucken ich bin halt so neugierig scheiße ich will ne kralle abschießen gib mir ne kralle das war eine schuppe verdammt scheiße echt jetzt was ist das für ein flatter vieh oh fuck das sind zwei riesige ich weiß ich bin ich bin aber ich bin ich bin holy cow und ich habe nicht mal oh doch ist eine klaue und nice sehr gut oh gott ich habe keine pfeile mehr das ist auch eine super idee ich habe zumindest ein bisschen sicherheit hier ach ich bin so in seiner mine drin oder um es hell ich habe Oh, ernsthaft. Da geht's wieder zurück, da geht's runter, genau. Geht's aber auch nicht sonderlich weiter. Mine. Ah, okay, ich muss ja hochklettern, ernsthaft. Ah, naja, hier können wir's machen. Scheiße. Alter, hier ist ja... Das ist ja unfassbar. Also wirklich unfassbar beschissen. Warum sehe ich sie fliegen, glaube ich, oder? Ne, doch nicht. Boah, ist das ätzend. Wo bin ich denn hier überhaupt? Das ist... Hm. Also, hier wird... Das wird schwierig. Könnte mal in die Richtung, da ist ein bisschen Licht... Und da ist ein bisschen. Kein Problem. Können wir befestigen. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin verloren im Dunkeln, so blöd war ich nie. Lass mal da hoch, das möchte ich mir mal ankicken. Oh, okay. Okidoki. So, wir können ein bisschen was sehen. Aber andererseits auch irgendwie gar nicht. Scheiße, Mann. Oh, das ist so ätzend hier unten. Da ist eine Statue. Okay, da oben war ich schon. Ähm, ich muss da oben hoch. Und dann geht's von da aus weiter. Das muss... Ich brauche wieder Anhaltspunkte. Nein, müssen wir bis oben schaffen. So. Boah, meine Fresse. Genau, hier ist eine Statue. Und dann geht's hier nochmal nach oben. Und dann geht's da oben. So. Lass mich zu dem Vorsprung kommen. Das ist ein kleines Geduldsspiel tatsächlich, ne? Aber so ist es halt nun mal. Ich find's... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's auch ein bisschen ätzend, aber... Die Neugierde ist halt trotzdem... ...ingebrochen. So. Zwischenstopp. Ich hätte so gerne Pfeile bei mir, aber... ...gibt es halt nicht. So. So, da ist die nächste Statue. Sehr, sehr schön. Ach, da geht's nochmal nach oben. Guck dir auch wirklich in die Richtung. Ich weiß, dass ich die ganze Zeit in die falsche Richtung gehe. Nee, alles gut. Das ist die Dame beim Harry Potter Schach. Nee, der König, ne, oder? Nee, die Dame ist das. Okay, auf geht's. Ich glaub, wir sind... ...eben... ...nicht hier hochgeklemmert, sondern... ...auf diese Pilze darauf, ne? Ja. Das haben wir uns hier noch nicht geholt. Da haben wir jetzt auch noch mal eine Statue. Erstmal... ...gucken wir uns das hier an. Erläutet auch ein bisschen was. Was sind irgendwelche Lichter? So, Statue. Jawohl. Geht hier lang. Ach du Scheiße, hier wird's wieder dunkel. Hier wird's wieder dunkel. Desmond, der Mondbär. Oh. Okay. Scheiße. Keine Pfeile. Oh ja, leuchte mal ein bisschen. Danke. Okay. Das ist... Ah, okay, jetzt ist... Ja, jetzt sehe ich es auch. Schwert ist in der Hand. Das ist die Figur. Erstmal gucken, ob ich nicht irgendwie in Abgrund stürze. Alter, das ist aber auch... ...ziemlich... ...also ich kann ja keine zwei Meter weit gucken. Krass. Aber ja, wir sind hier richtig. Was geht zu dieser Statue? Südliches Irrschloss. Wir können uns hier keinen... ...Port oder sowas... ...naja, können wir nicht freischalten. Aber wir können fliegen. Zumindest bis zu dieser Statue. Das können wir leider machen. Wir warten noch mal ganz kurz. Wie schon, was ihr. Denn das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Und... ...bis gleich. Bis gleich.